Tricks, die Leute benutzen, damit ihr denkt, sie wären krasse Hacker. Nummer 1, Hypertyper.net. Das ist eine Website, wenn man da irgendwelche Tasten drückt, sieht es so aus, als würde man etwas programmieren oder hacken. Nummer 2, sie öffnen die Eingabeaufforderung, ändern die Farbe und führen den Befehl Tree aus. Nummer 3, sie gehen auf ihr Bankkonto, machen Rechtsklick Untersuchen, ändern die Zahl und wow, jetzt sieht es so aus, als wären sie reich.